...2500 Wettkampf, er ist dazu 90 km Fahrraddrehzahl, super Schwarzschaufladung mit 2-Bahn-Ladedruck. Joss Becker ist Rennner, er betreibt Traktor-Bulling, so ein bisschen, ja, als Rentensport sozusagen. Er hat gesagt, ich kaufe mir keinen Wuppe, wir kaufen einfach mal einen Traktor. Für ihn bin ich dann in ganz Europa unterwegs und das macht er momentan schon einige Jahre. Und er hat richtig Spaß dabei und ist richtig erfolgreich unterwegs, Herr Joss Becker aus Luxemburg mit seinem Traktor. Ein eigenbaugetriebe steckt drin, ein Rückwärtsgang, zwei Vorwärtskängeln. Das gefährt wurde Mitte der 90er gebaut von dem Hochgelöw-Besitzer Serge Jakobi. Dort hat Herr Joss Becker folglich erworben, damit er in Luxemburg lag und damit er mit seinem Rentenalter auch was zu tun hat. Der Rollstar, der nächste Startler. Hier noch mehr ins Finale. Junge? Jules Becker, Unterwassend von Föhr!